hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge warfunder heute haben wir den zocker der wieder mal randale macht also er rammt hier die leute auch gut ja also der zocker ist mit seinem t34 1941 die 41er version unterwegs macht in der runde 16 kills zwei abschlusshilfen landet damit auf den ersten platz und hat schon mal den ersten panzer in dem fall ein kv 1s ausgestattet der m 10 bleibt verschont mit einem abfaller ja wir kommen auf püten weil ich eben eine folge der zocker bleibt ebenfalls noch nicht so leicht verschont er wird auch etwas getroffen aber noch nicht stark genug dass da was passieren kann bis jetzt nur der tag ein bisschen gelb geschossen und ja bis jetzt mehr abpraller als treffer hier ja sehr schade für den t50 oder war das der t50 oder t100 irgendwas davon gibt es ja auch eine premium version das kann ich mal nachschauen weil das t50 und der stück ist auch ausgeschaltet stück drei ausführung gt 34 zieht sich wieder wird aber wahrscheinlich haben wir darauf hofft der zocker nein er wird nicht gucken hat er noch mal glück gehabt denn der zocker hätte mit dem kurzen prozess gemacht ja der t34 ist auch kein problem mehr nur eine gelbe durchschlags möglichkeit aber gut stück drei wieso fährt er so ganz ehrlich also gut ab der stelle kann man sich schon mal vertrauen aber das ja das ging natürlich jetzt nicht gut für den aus ist klar m10 ist immer noch verschont geblieben aber ja wobei jetzt nicht mehr das sollte jetzt eigentlich auch das enden ja der müsste jetzt gleich sterben also er sollte das zeitlich jeweils segnen wieder rumgeschossen wie laut das ist wieso ist das jetzt so laut ich habe doch gar nichts verstellt an der lautstärke seitdem komisch ganz komisch hier alles belastend ah der ist auch weg der t34 war der 1942er panzer und da hinten steht noch ein schermann ich weiß gar nicht welcher das ist die amis hatten auch noch die haben ja sowieso schermann ist ja klar aber ist das jetzt der britische ich weiß es nicht naja ist auch egal um den kümmert sich der zocker jetzt auch nicht in dem fall glück gab so dafür macht er diesen ja milchwagen milch laster kann man sagen den russischen lkw flackpanzer aber gar kein problem d34 noch einer oh das war kein durchschlag leider aber er versucht wahrscheinlich noch mal hat auch eine der andere hat auf dem fall eine bessere möglichkeit durchzuschlagen weil der diese ja dünneren granaten hat die zwar weniger schaden machen aber mehr durchschlag kam mehr zum snipen und ja kv 1 kam in dem fall auch nicht durch der hat es ja auch eben versucht aber der zocker kam ebenfalls nicht durch panzer 4 ausführung f1 der ist easy durchschlagbar ja das war es damit auch gar kein problem hier kv 1 er riskiert wieder ein abpraller leider obwohl er grüne stelle hatte aber egal das hat man ja meistens da dafür macht er es an der stelle indem er den tank in die luft sprengt was meistens da bei diesem russen passiert und ja t34 ist auch wieder kein problem ebenfalls ausgeschaltet zehn kills jetzt sollte ja ich wollte gerade sagen also das wird nicht lange dauern jetzt kommt schon der elfte kill also der panzer 4 f2 su 122 ist auch am start jetzt nicht mehr das geht alles wunderbärchen für zocker der macht da kurz den prozess wie immer das einzige was wirklich zerstört ist in dem panzer ist das funk system der panzer 4 f2 ist auch weg wenn man leicht hinter den feindlichen also was heißt hinter den feindlichen rein noch steht er nicht hinter dem feindlichen rein aber er steht sehr weit im feindlichen gebiet und da rechnen die gegner noch nicht mit ihm deswegen gar kein problem hier der fährt leider jetzt weg dafür kann er sich ein achilles schnappen gar kein problem für den und ja auch gut er hat den schweizer flag auf seinem achilles 8,8er lol dass der nicht durchkam wundert mich jetzt eigentlich der panzer kommt normalerweise immer durch auf dem rang vor allem der sturm panzer ist auch kein problem hat er munition erstmal ordentlich weggesprengt auch gut und da ist noch ein panzer 4 f2 der sollte jetzt auch sofort tot sein ja 16 kills eine abschüsse kommt noch ach so er hat keine munition mehr was macht er denn jetzt art wahrscheinlich durch die artillerie oder durch seine mgs weil der panzer hat den kann man auch kritisch treffen mit den mgs der ist nicht wirklich ein panzer der ist ein artilleriegeschütz dieser 75 mm der scheint aber jetzt gestorben zu sein ne er hat den 8,8er ja auch noch da den er kritisch treffen kann mit seinen mgs also alles noch möglich beziehungsweise er hat ihn ja auch kritisch getroffen wenn der jetzt stirbt müsste der zocker da eine abschusshilfe kriegen allein dadurch dass er jetzt den motor noch mal getroffen hat ja das ist kein problem da hat er jetzt die abschusshilfe und löscht sich natürlich erstmal ist ja auch klar mittlerweile hat er auch den funker verloren äh funker mgs schütze besser gesagt und sein tank ist mittlerweile auch durchlöchert ja war trotzdem gar kein problem hier für den zocker das ist wieder so laut die artillerie und ja 9 minuten und 30 sekunden ist eigentlich eine relativ kurze zeit man sieht es 16 kills t 34 halt und ja wie ja gesagt der zocker man kennt es bei dem jungen äh der macht immer gut kills und ach so deswegen wahrscheinlich hat er das eben geschrieben der zocker äh lol hier sind das scheint wohl ein clan zu sein ähm ihr auch lol hm ja anscheinend war das wohl ein clan aber ohne clay äh clan tag ne sondern hier nur im namen im nick name halt das ad zeichen naja ad live wenn es euch gefallen hat lasst ein däumchen nach oben da ich würde mich sehr freuen und dann ja sehen wir uns in der nächsten folge von warfander wieder ciao warfander wieder